servus liebe leute und ihr merkt im hintergrund geht es ganz schön ab naja ganz schön ab ist was anderes aber es geht also heiß her im clan warum geht es denn so heiß her wir haben ein turnier in planung und ich bin beim turnier dabei und wir schauen mal was da so gehen wird ob wir was reißen oder nicht sind gerade drauf und dran ist euch zu organisieren der gute doge macht jetzt gerade die paarung und wir haben glaubt zweimal dreier teams und ich spiele gegen jonas 15 ok kann man mal machen und das ist okay wir schauen mal ob wir da was reißen können oder nicht das ist die erste runde jemals im turnier ich jemals bestritten habe und weiß nicht wie das laufen würde ich kann ab keine ahnung was der gute jonas kann und das 15 wie gut ist oder in 2188 oder so tough ich weiß nicht ich habe keine ahnung ich muss noch fragen keine gruppe ja natürlich bestimmt direkt verloren oder ich habe zum mal nachgefragt ob es keine gruppe ist und ach so das ist die gruppe oder was okay also lasse die spiele beginnen würde ich sagen gegen jonas 15 schauen wir mal eine chance anbordet ich muss noch kurz schauen ob ich das richtige deck drin ja ich hab das drin und erstes mal im turnier erste runde schild reißen wir was ist die frage reißen wir was und telefon im hintergrund richtig unnötig wartet ich mach das noch kurz aus richtig richtig unnötig ruhe bitte was jetzt passiert keine ahnung ich will nicht angerufen werden was geht ja gar nicht mittel in der aufnahme schämten die sich nicht tut mir leid jetzt hat so ein bisschen gequetscht aber sollte eigentlich wenig dabei sein ihr habt da immer super verständnis gehabt da habe ich halt die truppen ausgestellt dass der chat nicht so nervig ist wenn da die ganze zeit nachrichten ploppen können wir vielleicht beim nächsten mal ändern aber jetzt hört man halt in games auch nicht wirklich weiß man nicht ob das gut oder schlecht wird muss ich noch entscheiden das sehen wir einfach beim nächsten mal aber jetzt erstmal in den fight rein mein erstes spiel auf jeden fall mal und dann schauen wir auch noch das erste spiel von den anderen an die jetzt momentan auch spielen bin gespannt ob da was klappen wird auch wir jetzt hier erste runde gewinnen oder rausfliegen keine ahnung man weiß es ja nie so genau ob wir jetzt was reißen oder nicht ist eigentlich auch egal es soll spaß machen das macht es auf jeden fall kann ich euch versprechen und turniere wird es öfters geben natürlich turniere ist ein hauptbestandteil der kommen wird natürlich und jetzt sieht es eigentlich gar nicht mal so gut aus freunde der kranken geben nach stück sollen wir jetzt so waren griff spielen ich weiß gar nicht ja ich weiß gar nicht was der jonas und deck hat rakete habe ich gerade gesehen bogenschützen ich habe vorher kurz drauf geguckt aber das war eigentlich auch so sinn aber ich hätte nur gucken was er für ein level und so hat aber das ist ja bei friendly battles auch immer so eine sache naja sehen wir jetzt ja gleich wo er freest scheiße das schon hat er gut gemacht hat er gut gemacht die free ist oder echt gut gemacht scheiße das wird das wird auch gegen ihn zu gewinnen das wird echt auf nicht auf im fernsehen das wird einfach nur taft einfach nur taft oder das einfach nur taft ich weiß ja nicht ich weiß ja komm setzen mit jetzt fehlt mir halt leider ist aber scheiße doch das bockdecker ob das jetzt dabei ist oder nicht aber jetzt zieht es fast so aus würden wir führen fast auf jeden fall mal wir schauen mal wir versuchen den mini packer zu droppen und den feuerbau feuerbau das stört mich ein bisschen sehr gut mal küre ja die haut auch ganz schön rein muss ich sagen weil küre die ist nicht schlecht nicht schlecht die wicke muss ich dann zu gehen und darf das match ich glaube gewinnt ich kann es mir nicht vorstellen wir brauchen den dauer jetzt unbedingt und sonst haben wir eigentlich verloren schon so traurig sich das auch anhört wir haben schon so gut wie verloren wenn er dort sich kriegen kommen wir und den tauer das gibt es doch nicht ach wir verlieren wir verlieren die erste runde traurig das heißt aber schade vielleicht beim nächsten spiel gut game schreiben wir trotzdem mal rein und das mit ohne den sound gefällt mir nicht deshalb machen wir den sound mal rein wieder das gefällt mir gar nicht und wartet wo macht man unseren rollen ja und ich würde mal sagen schauen wir den anderen von den gegnern von den gegnern von den anderen da ist da und ich will es nicht spoilern deshalb gleich wartet und wir sind weiter drauf aber daddy hat geschrieben hat den disconnect und deshalb keine ahnung habe ich das jetzt mal raus gelassen und werden den nächsten mal reinschauen hier gegen jonas und hünerstier das ist jetzt die nächste runde wer worden da werden da gespielt jonas gegen hünerstier hünerstier keine ahnung ich habe gerade gar nicht darauf geachtet wer gewonnen hat tut mir leid ich habe gerade vergessen darauf zu gucken aber ich würde sagen schauen wir es uns mal an bis wir wieder dran sind alles noch zur ersten runde keine angst ich werde euch schon nicht enttäuschen wenn das nicht klappen wird ganz komische taktiken hier dabei habe ich so eigentlich tendenziell noch nicht gesehen aber schauen wir mal was da so gehen wird minwerfer riesen skeleton zum beispiel 6 karten sind die mit absicht zu niedrig geworden nee das kann nicht sein oder sterben werfe episch gewonnen nein das kann nicht sein oder ist der jonas einfach nur ganz so gelevelt ich weiß gar nicht okay keine ahnung ich würde sagen wir schauen uns in zweifachgeschwindigkeit an denn es soll ja auch nicht alles zu lang werden er hat auf jeden fall als konto gegen den pecker einen tesla einen inferno also eigentlich der pecker durch die ihm nichts an haben können jetzt denkt er wahrscheinlich sich so pecker easy down weil der tesla einfach weg ist aber nein er kann ja locker konto mit dem inferno tor ist alles easy naja ich reg mich da nicht drauf drüber auf weil ich gerade verloren hat es gibt mich ja ich nicht es soll bock machen und das macht es ist auf jeden fall eine abwechslung aber gleich kommt noch schlag den star das wird ich auf jeden fall sehen also das turnier sollte auch nicht so lang gehen schauen wir mal wie lange es gehen wird halbe stunde recht nicht mal also noch eine viertelstunde wird es gehen und ihr seht es kommen nur peckers von hühnerstier hühnerstier keine ahnung weiß es den namen nicht richtig aber pecker ist halt leicht zu treffen mit seinem deck dass er hat ich weiß aber gar nicht wer da gewinnen wird wer will denn da bitte gewinnen ich hab keine ahnung wie und wo und warum was er kann locker mit dem entfernen konnte und mit allem anders sind leise machen wie laut ist denn das heute voll verarschen oder was ich weiß dass einer einzigen gewonnen hat ich werde sogar dem wer jetzt echt schlecht rausgekattet aber ich könnte es nicht mehr rauskarten denn es war schon aufgeploppt tut mir leid aber beim nächsten mal kann ich es ausgesprochen gruppe spiel nummer 1 heißt der titel hoffe ich mal oder nicht keine ahnung ich denke auf jeden fall so heißt der titel mal schauen was da sie noch ergibt aber das spiel geht echt 100 jahre ist echt spannend keine anwärter überhaupt an den tower kommen will dass alles so aus als würde man niemals rankommen wahrscheinlich wird es erst ganz am ende entschieden weil einer keine ahnung disconnect oder irgendwie sowas hat ans case man ich fast nicht erklären dass da einfach mal der pecker oder so durchkommt wie denn rechts könnte man jetzt eigentlich durch pushen ja das machte machte gut bewahren gesetzt leider vom feuerball getroffen worden pecker eismarge jetzt jetzt müsste ich sagen jetzt zwei peckers jetzt könnte es dauern gehen jetzt könnte es dauern jetzt wird es dauern gehen wahrscheinlich jetzt wird es dauern gehen doch nicht hä wie viel pecker sitzt der kerle unfassbar geil aber jetzt geht's darum jetzt gibt's gleich da und ich hab's im gefühl jetzt muss es dann gehen der pecker auch ein hit und finish ohne stil gewinnt mit 1 zu 0 und ich würde sagen dann war's das für die erste folge vom clan tournament oder clan tunier weiß nicht ob ich es englisch oder deutsch nehmen soll also haut mal rein die erste folge war das man sieht sich bei der nächsten natürlich haut rein bis dann ciao ciao